Meter hoch lodern die Flammen, als die Feuerwehr in der Nacht zum Freitag bei dieser Bootshalle eintrifft. Im Hamburger Stadtteil Fuhlsbüttel bemerkten Passanten am Donnerstag gegen 23.30 Uhr das Feuer und alarmierten die Feuerwehr. 50 Einsatzkräfte werden losgeschickt. Als sie vor Ort ankommen, schlagen die Flammen 10 bis 15 Meter hoch aus dem Gebäude. Immer wieder kommt es zu Explosionen innerhalb der Bootshalle, möglicherweise verursacht durch Gasflaschen oder Kraftstoffbehälter der Motorboote. Das Gefährliche ist natürlich zum einen, dass dort Boote meistens aus Kunststoff oder aus Holz gelagert sind. Das sind nicht Segelboote, sondern Ruderboote oder Motorboote. Und wenn diese Kraftstofftanks dann schmelzen und der Kraftstoff ausläuft, dann kann so ein Kraftstofftank mal in die Luft fliegen. Aber in dem Fall war es sicherlich eine Gasflasche. Meistens gibt es in diesen Hallen dann auch Werkstätten, wo gearbeitet wird und somit auch dann Gasflaschen. Und die fliegen uns dann um die Ohren und das ist natürlich für uns eine riesengroße Gefahr. Die Feuerwehrleute setzen zum Löschen auch zwei Drehleitern ein. Trotzdem können sie nicht verhindern, dass das Holzhaus bis auf die Grundmauer niederbrennt. Ein angrenzendes Restaurant und ein Einfamilienhaus kann die Feuerwehr jedoch schützen. Sie bleiben von den Flammen verschont. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Wie hoch der Schaden ist, war zunächst unklar, ebenso wie die Brandursache. Hierzu ermittelt nun die Polizei.